Es ist schon 18 Uhr und wir haben die Wand noch nicht fertig gebaut. Ich muss mich beeilen. Ich möchte gerne noch die Wand fertig bauen und wir brauchen unbedingt noch Munition. Wir haben nämlich nichts. Das ist shit. Und wieso habe ich zweimal die Machete auf dem Platz? Ja, komm her. Gönn dir. Gönn dir meine Machete. Na komm. So, gönn dir meine Machete. So. Nein, aber das wollte ich gesagt haben, also könnt ihr gerne mal unter diesem Video schreiben oder generell mal, was ihr davon haltet. Man kann das ja auch so ein bisschen auf lustig machen. Vielleicht würde ich die Survival Games weiter so machen. Weil da, ja gut, Highlights ist da immer schwierig. Gut, wenn ich das im Stream mache, muss man gucken. Aber nichtdestotrotz würde ich sagen, dass ich die vielleicht weiterspiele. Ich meine, die sind ja unendlich, aber ist natürlich auch so. Aber mal gucken, weiß ich noch nicht. Zum Beispiel Atomic Heart wird ja wahrscheinlich schon angelaufen sein, wenn das Video kommt. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Ja, das wird wahrscheinlich das letzte sein. Das letzte große Game hier auf YouTube. Letz' ich mal. Das werde ich auch voll noch durchziehen, weil das habe ich ja schon angefangen zu schneiden und so. Ähm, aber das wird, glaube ich, auch so das letzte sein, was dann vollwertig, äh, so erscheinen wird, quasi. Die anderen werde ich dann gucken, dass ich da raus dann halt, wie gesagt, so Highlights mache. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Was ist denn die Acht? Kann man das essen? Okay. So, dann hacken wir mal weiter Holz. Hier ist ja noch jede Menge da. Wir müssen ja auch, äh, ja, irgendwie waffenmäßig mal was finden, ne? Das heißt, wir müssen morgen, wenn wir die Welle überstehen werden, was ich ja ganz groß hoffe, ähm, die Stadt durchsuchen. Da habe ich Bock drauf. Auf jeden Fall möchte ich die Stadt durchsuchen und, ähm, wir werden es, glaube ich, nicht schaffen, jetzt so viele Spikes vor die Tür zu setzen, dass die hier nicht reinkommen bei uns. Äh, hallo? So. Ich werde es versuchen. Wir werden natürlich auch wieder ein Tor bauen. Ich beeile mich natürlich jetzt ein bisschen, dass ich das jetzt hinkriege. Kriegen wir da auch Baumstämme? Äh, hallo? So. Und, ähm, oh, wir können leveln. Charakter, äh, ein Punkt, Ausdauer, Urteil, Heilkraft von Gegenständen, Ausweichrate, erfasster Schaden geht runter, Ausdauer-Regeneration geht nach oben. Ja, machen wir mal, Entscheidung. So. Ich werde jetzt nicht so nah bei uns, äh, quasi, äh, Bäume hacken, damit das nicht so leer wird. Deswegen gehe ich immer so ein Stück weiter. Ähm, ich hoffe, die spawnen nicht bei uns in der Bude. Oder spawnen irgendwie im, äh, ja, bei uns im, im Kreise des, des Dorfes. Also im Kreise des, des, äh, na, na, des Zaunes. Das wäre blöd. Äh. Das wäre richtig blöd. Komm, die Dings nehmen wir auch noch mit. Wir brauchen immer Blätter und so. So, 18 Uhr. Ich denke, das schaffen wir. So, nehmen wir mit. Was wir alles wieder kriegen. Ich finde das schon heftig, was man bekommt. Ähm, apropos, ähm, eine Roadmap wurde wieder veröffentlicht. Tatsächlich der, ähm, ich bin jetzt gar nicht mehr sicher. Ich, ja, ich, ich hab das jetzt nicht mehr im Kopf, was da genau war. Aber, ähm, ganz viele tolle Sachen. Nein. Ähm, wenn ich richtig im Kopf hab, ist auf jeden Fall die Planung der Geschichte, wird weitererzählt. Die Story. Wovon wir ja noch gar nicht so viel mitbekommen haben. Wir wissen nur, dass wir irgendwie zu einer, äh, Forschungsanlage müssen wieder. War ja so, wenn ich mich recht entsinne, so die, die Geschichte in dem Buch. Was wir gefunden haben in diesem Tagebuch. Und, ähm, ja. Da müssen wir mal gucken. Boah, wir haben 19 Uhr. Das wird echt knapp, glaube ich. Äh, aber wir müssen ja auch noch zurück. Und, ähm, dann war, glaube ich, ja, Bugfixing auf jeden Fall. Und dann kommen auch noch neue Sachen rein. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, Map-Erweiterung. Ah ja, ähm, äh, ausgereifteres Bausystem. Beziehungsweise ausgereiftere, äh, Bauten sollen kommen. Also bessere, bessere Space Building. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Also, es läuft auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall weiterentwickelt. Das finde ich schon mal sehr schön. So, dann würde ich die Bäume hier noch mitnehmen. Und dann gehen wir, glaube ich, zurück. Yes, ha. Uh, ah. Uh. So. Und dann können wir hier ganz in Ruhe die Stadt morgen erkunden. Ich hoffe, wir schaffen das und überleben das hier. Mit dem, äh, mit den Gegenständen, die wir haben. Wir sollten vielleicht Pfeile und Bogen auch reparieren. Also, beziehungsweise den, den Bogen. So, dann würde ich die noch mitnehmen. Und dann, so. Und dann gehen wir nach Hause. Nur nach Hause. Nur nach Hause. Ich mache schon mal Licht an. So. So. Aber hier ist keiner neu gespawnt, ne? Wo wir die erledigt haben. Was ist das hier? Uh, 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 es ruckelt. Was soll denn das? So. Können wir eigentlich, können wir eigentlich Wände schon bauen? Guck gerade mal. Äh, wo war denn das? Ähm. Wo waren denn die Fences Walls? Hier. Da brauchen wir Holz und Seil. Oh, Seil wird, glaube ich, lustig. Da brauchen wir die Blätter wieder. So, warte. Was brauchen wir denn für die, das Tor? Fünf Nägel, zwei Seile. Äh, wo war denn unser Lager? Ich suche es jetzt schon. Hier. Fünf Nägel, zwei Seile. Ähm. Da waren die Waffen drin. Oh Gott, ich suche jetzt schon. Ähm. Das brauchen wir, das brauchen wir. Die Blätter brauchen wir, das wäre, das hier. Ja. So. Dann craften wir das mal. Äh. Jetzt muss ich kurz gucken, die, die, die Werkbank, die wir da verbrauchen, die war. Hier, glaube ich. Genau, wir brauchen erstmal Stoff. Oh, ich höre ein. Dann brauchen wir Seil. Oh, ernsthaft? Dein Scheiß Ernst? Oh Gott. Ich wusste doch, dass er es kaputt haut. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall irgendwas machen. Äh, was mit dem? Der wollte reinrennen. Die Tür war offen, da wollte der reinrennen. Der Schlingel. So, Nägel. Ähm. Mal eben kurz gucken. Äh. Tor. Jetzt brauchen wir noch Holzbrett. Holz und Nägel. 19 Uhr. Oh, das wird eine ganz knappe Kiste. Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwie die Fans bauen können. Äh. Holzbrett. Nägel. Wir haben kein Eisen mehr, ne? Scheiße. Also, wir können es gar nicht bauen. Oh, hier auch mal ein bisschen Holzkohle können wir auch herstellen, wenn wir wollen würden. Äh. Nägel. Shit. Wir haben kein Eisen. Oder hatten wir noch Eisen in der Kiste? Äh. Lager. Äh. Ich suche mein Lager. Ich sollte mir das irgendwie beschriften. Hä? Bin ich jetzt doof? Wo war denn das? Ah, hier. Äh. Äh. Kleiner Stein. Eisenerz. Puh. Dann können wir doch Eisen herstellen. So, wo haben wir es? Hier. Äh. Das stelle ich... Ah, nein. Das stelle ich im Dings hier am Ofen, ne? Haben wir denn schon so einen Ofen? Haben wir sowas, was wir brauchen? Wo stellten wir das denn nochmal her? War das an der Ausrüstungswerkbank? Selber stellten wir das nicht her, ne? Nee. War das hier? Oh, wo stellten wir denn nochmal Eisen her? Oh, fuck. Mal Werkbank. Karnischen Tisch war das nicht. Ausrüstungsfertigungstisch, den haben wir. Das ist der hier. Nein. Das haben wir. Ich glaube, die ist das hier, oder? Die normale Werkbank, glaube ich. Stück Eisen brauchen wir dafür. Vier Stück. Ah, können wir ja gar nicht herstellen. Oder haben wir Stück Eisen noch im, äh... In der Kiste irgendwo gehabt? Hatten wir da noch Stück Eisen? Natürlich nicht, ne? Oh, so ein Mist aber auch. Oh, kann ich mal eben Auto zerstören, ob wir da Stück Eisen herkriegen? Oh, es wird gerade so duster. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich finde erst mal, ich finde mich. So, alles nehmen. Und dann zerstören. Schraubenschlüssel erforderlich. Oh nein. Man kann das nicht mehr mit dem Messer? Das ist aber neu. Woher konnte man das mit dem Messer zerstören? Habe ich das nicht mit dem Messer zerstört am Anfang? Wie wir alles, äh... Wie wir angefangen haben? Dann haben die das geupdatet. Die Ferkels. Also brauchen wir da einen Schraubenschlüssel. Oh, ich hoffe, wir finden jetzt hier irgendwie Eisen oder so. Oh, natürlich nicht. So ein Kack aber auch. Ich glaube nicht, dass wir es hinbekommen. Das ist schlecht. Wenn ich das zerstöre, was kriege ich da raus? Kriege ich da Eisen raus? Hühlstück Eisen, ja, sehr schön. Dann mache ich das mal weg. So. Dann beeile ich mich mal. So. 20 Uhr. Ganz schön knappe Kiste. Ähm, die Werkbank. Bauen. Oh Gott, wo bauen wir die denn hin? Äh. Noch mehr Platz. Äh. Gott. Äh. Ich glaube, ich stelle das hier hin. Ich glaube, ich mache das hier hin. Äh. Warte. Haben wir gleich. Steht das gerade? Ich hoffe ja. So. Ich hoffe, wir kommen da noch in eine Tür rein. Äh. Hä? Das haben wir schon. Die Werkbank haben wir schon. Oder nicht? Sieht so aus, als hätten wir die schon. Doch, die haben wir schon. Hä? Dann muss ich die zerstören. Kann ich die zerstören? Nein. Ich will die zerstören, bitte. Kann ich bestimmt nur mit dem Hammer machen. Aber welche Bank brauche ich denn dann? Die nicht? Hä? Oder war das? Irgendeine Werkbank brauche ich dafür. Welche war denn das nochmal? Wo ich Eisen herstellen konnte? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Oder war das doch die Ausrüstungswerkbank? Nee, das ist ja Ausrüstung. Die Werkbank. Klebstoff. Weil wir hatten die auch gelevelt. Ah, wir mussten die leveln, ne? War das nicht so irgendeine? Oh, fuck. Stimmt. Ich glaube, das mit der Säge war das. Oh, nein. Nein, 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 nein. Die mussten wir, glaube ich, leveln, oder? Ja. Oh, nein. 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 Oder? Nee. Aber wo kriegen wir denn Eisen her? Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen Eisen. So ist das nicht, ne? Ähm. Herstellen. Man konnte mit... Aber wo habe ich denn... Aber man konnte auch mit Dings, mit Eisenerz irgendwo ein Stück Eisen herstellen. Naja, wie dem auch sei, äh, ich glaube, können wir... Ja, aber nicht viele wahrscheinlich, ne? Kann ich denn die Dings herstellen, den... Ja, das geht. Oh, Gott sei Dank. Oh. Oh, oh, oh. Dann beeile ich mich mal eben. Ähm. Es wird eh zerstört werden. Ich weiß es genau. Ich weiß es ganz genau. Es wird zerstört werden und ich sehe nichts. Oh, ist das scheiße. Ich sehe nichts. Ich sehe nicht, ob das gerade ist oder nicht. Warte mal, ich gucke mal eben. Okay, so ist, glaube ich, gerade. Ja. Oh, ich hoffe, das passt. Ja, das passt sogar sehr schön. Oh, supi. So, jetzt müssen wir nur hier gucken, dass wir das hier einigermaßen hinkriegen. Äh, alt mit Snatten, aber niedriger. Das wird nicht reichen, ne? Ja, es fehlt schon Materialien und was. Oh, Seil. Ernsthaft? Oh, nein. Dazu müssen wir Stoff herstellen. Oh, 21 Uhr. Das wird so kacke werden. Aber wir sind hier relativ safe. Na, sag ich jetzt mal. Ich sag jetzt mal, wir sind safe. Ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Hatten wir alle... Ich glaube, wir hatten alle Blätter mitgenommen, ne? Das Problem ist, wir werden, glaube ich, krepieren. Das weiß ich jetzt schon. So, Seil. Zack. Ah, wir werden krepieren. Ich weiß es jetzt schon. Und es fehlt wieder was. Oh, nein. Was fehlt denn jetzt? Holz. Eins nur noch, glaube ich. Dass die Werkbank hier ist, irgendwie besser, habe ich das Gefühl. Oh, hier ist die Holz... Oh, halt. Ich muss mal... Ich muss echt mal zusehen, dass ich das irgendwie mal benenne. Holzbrett. Ich weiß gar nicht, was brauchen wir denn für die Spikes? Ein paar würde ich tatsächlich herstellen wollen. Brauchen wir auch Holz. Okay. Ah, alles klar. Dann stelle ich volles Holz her. Das ist, was wir maximal können. Und zwar sind das 71. Jawohl. Korrekt. So. Er ist außer Atem. 2 müssen wir mindestens noch bauen, wenn ich das richtig sehe. Ich hoffe, das passt. Naja, nicht ganz. Aber es ist zu. Ja. Es ist definitiv zu. Da kommt keiner durch. Da kann auch keiner durchglitschen. Oh, das ist sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Zerstöre ich mal. Wenn wir dabei sind. So, 21 Uhr und ich bin überhaupt nicht bereit. Ich habe überhaupt den ganzen Tag einfach wieder verbummelt. Ich habe einfach rumgebummelt. So, guten Tag. Das wird nicht funktionieren. Ich weiß jetzt schon. Das wird sowieso nicht halten. So, Spikes. Ich würde gerne noch ein paar Fallen bauen. Aber leider geht das nicht. Deswegen müssen wir erstmal mit dem Vorlieb nehmen, was wir haben. Und ich bin sehr gespannt, ob das klappt. Ähm. Dass ich das so einigermaßen gerade hinkriege. So. Zack. Und dann gucken wir mal. Wie viel wir bauen können. Es wird nicht viel sein. Ich weiß es jetzt schon. Geht ein bisschen zu weit. Okay, warte. Machen wir anders. Nicht ansnappen, bitte. So. Machen wir weiter. Jetzt kann es von mir aus ansnappen wieder. Das Problem ist, die Tür werden wir nicht zukriegen. Also geschützt kriegen. Hier kommt jetzt die Tür. Da würde ich einen kleinen Spalt lassen. Damit wir da durchlaufen können. Ich mache mal so weiter. Ich weiß nicht, wie viel wir bauen können. Wahrscheinlich fehlen uns wieder irgendwelche Sachen gleich. Da haben wir schon quasi fast zwei rein. Was sehr gut ist. Sie sterben ja dadurch auch, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie nicht sterben. Aber nicht ansnappen, bitte. Ich muss gerne freie Hand machen. Aber bitte lass das reichen. Wenigstens einmal bis zum Ende. Und es fehlt uns was. Und es ist Holz. Oh mein Gott. 22 Uhr. Schauen wir noch ein paar Bäume zu fällen. Ich beeile mich mal. Ich gebe Gummi. Gummi, 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 Gummi. Ich gebe Gummi, 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 Gummi. So, ich hacke den Baum. Let's go. Wenigstens ein paar Bäume noch. Bevor das jetzt gleich richtig zur Sache geht hier. Wenigstens, dass wir die Spikes wenigstens hinkriegen. Vielleicht noch eine zweite Reihe oder so. Das wäre noch super. Level up. Komm schon, Mann. Komm schon. Wir sind ein bisschen. Puh. Die kommt aber auch. Also. Kommt das schnell? Ich weiß nicht. Ich kann es schlecht einschätzen. Wir haben das ja eigentlich so eingestellt, dass wir eigentlich genug Zeit haben. Das Problem ist, ob man, wenn man das jetzt anders einstellt, dass dann halt, dann hast du ja noch mehr, dann hast du ja noch mehr Zeit. Das Problem ist halt, du musst halt sammeln, du musst halt craften. Also, Mann, es ist schon sehr knapp beim Messen, ne? Aber gut, wir werden das schaffen. Wir werden das überleben. Ich bin mir ziemlich sicher. Das heißt, muss ich zusehen, dass ich einmal den Charakter hier einmal Aufmerksamkeit ist. Häuschreduzierung, Bewegungsgeschwindigkeit, geh nach oben. Das ist sehr schön. Ja, mach ich mal. Stärke wäre, glaube ich, auch ganz gut. Wir haben keine Pfeile gebaut, nichts, ne? Ich lasse mal eben offen. Scheiß drauf. Holz, das, was geht. 23. Wir werden nicht viel herstellen können. Ich kann hier schon mal die Türen zumachen. Das ist schon mal, glaube ich, eine gute Idee. So, Spiel ist gespeichert worden. Zu Vorsicht mache ich überall die Tür zu. So, hier unser Bett auch, unser Schlafreich. Hier ist, glaube ich, noch gar nichts drin. Und dann würde ich sagen, die letzten Spikes legen wir jetzt noch hin. Hier können wir ja zubauen, sobald wir drin sind, ne? So, oh Gott, das wird nicht reichen. Definitiv nicht. Das ist noch ein ganz schön weiter Weg bis dahin. So, warte. So. Mach das mal weiter frei nach Schnauze. Das Problem ist, wenn die oben drauf stehen, können die ja trotzdem die Wand zerstören, ne? Müsste man oben drauf noch Spikes bauen. Quasi, warte mal, höher. Geht das höher? Ja, das geht sogar. Und es reicht nicht. Das war es dann schon mit Spikes gewesen. Wenigstens haben wir komplett eine Reihe gemacht. Was brauchen wir denn noch? Naja, komplett einmal alles. Das Problem ist, wenn wir jetzt morgen dann unterwegs sind, um Waffen zu suchen, haben wir dann wahrscheinlich später dann wieder gar keine Zeit, um halt Holz zu fällen, um die Spikes zu bauen. Ah, ist doch zum Kotzen. Und jetzt habe ich kein... Ich höre mir gerade ein, jetzt habe ich kein zum Zubauen hier, ne? Das ist natürlich schlecht. Ah, ich muss mal einen Baum holen. Ich hoffe, das geht jetzt nicht los. 23 Uhr, eine Stunde noch. Ah, Mann, so eine Scheiße. Ein Baum, ich brauche noch einen Baum. Oh, wie hat mir alles gefällt? Oh, ich gebe mir Mühe. Let's go! Hack den Baum, hack den Baum, hack den Baum, hack den Baum! Kein Baumstamm? Oh, zwei. Puh, Gott sei Dank. Äh, wo laufe ich hin? Da muss ich hin. Wenigstens zubauen. Das Problem ist, wir können sie nicht angreifen, weil wir keine Fläche haben zum Rübergucken oder so, ne? Das müssten wir normalerweise auch noch machen. Damit wir die wenigstens von irgendwie weiter Entfernung angreifen können. Mit einem Speer oder keine Ahnung. So, ich beeil' mich mal. Na, ich brauch' Holz. Holz. Bitte zwei herstellen. Ganz schnell einmal bitte. Genau. So, einmal drehen. Oh, puh. Gott sei Dank. So. Tür schließen. Ähm. Können wir irgendwie eine Treppe bauen? Geht das? So eine Erhöhung? Natürlich brauchen wir dafür Holz. Ah. Ich kotze ins Essen. Ja, dann, ähm. Bleibt uns ja eigentlich nichts anderes übrig, als wie auszuharren und zu hoffen, dass sie alle daran krepieren, was wahrscheinlich niemals passieren wird. Und wir haben nichts. Können wir den Pfeile bauen? Pfeile, 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 Pfeile. Ast und Stück Eisen. Oh. Stück Eisen haben wir auch nicht mehr. Wir haben Eisenerz, aber wir können mit Eisenerz so lange nichts machen, solange wir nicht geupgradet haben. Oh. Diese Tür immer. Ast. Ja, Stück Eisen haben wir leider nicht. Sonnenmist aber auch. Da war nichts drin. Und da waren nur die Seiten drin, die ich mal eben auffülle. Ich fülle das mal eben hier alles nach. Ach. So, das kommt hier rein. Das kommt da rein. Äh. Das kommt da rein. Das auch. Von mir aus die Ranke auch. So, dann die Stein. Das Steingedöns. Hier Plastik kann von mir aus auch da rein. So, dann haben wir hier die ganzen Kanister. Das. Das. Äh. Äh. Ja. Dann kam hier. Genau. Das ist da. Das kommt hier rein. Das kommt da. Das. Ah, hier haben wir die Ranken drin, ne? Dann nehme ich die Ranke da mal raus. So, wir müssen sowieso einen, einen kompletten Kiste machen für Blätter und für Ranken. Weil die braucht man ja anscheinend doch sehr viel. Ja, jetzt haben wir höchstens nur, boah, Spiere. Spiere kostet was? Äste. Können wir noch ein paar Spiere herstellen? Komm, wir stellen noch ein paar Spiere her. Das, was geht, Maximum. So. Oh, da ist schon jemand, glaube ich. Da ist jemand schon zu Hause, bei uns. Der ist aber, glaube ich, gestorben. Wenn ich das richtig gehört habe. Der hat versucht, hier hinten anzugreifen. Ja, das Problem ist halt, wie gesagt, ähm. Ich weiß halt nicht, wie wir uns dann schützen sollen. Die werden ja versuchen, versuchen reinzukommen in die Hütte. Habe ich noch einen Riegel? Ich habe nichts zum Heilen, ne? Scheiße. Was kommt auch noch dazu? Was kriegen wir hier? Plastik? Oder was ist das? Nagel, Nagel. Da kriegen wir Nägel. Oh, irre. Immer her damit. Gib mal die Nägel. Plastik, Nägel. Juhu. Sehr geil. Nehme ich. Nehme ich alles mit. So, haben wir nochmal irgendwie. Da haben wir nochmal. Guck mal. So. Dann warten wir auf das Unvermeidliche jetzt. So. Ähm. Okay. So, haben wir hier. Freunde, ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's zum nächsten, ja, zur nächsten Nacht. Und dann schaltet ihr wieder ein. Also. Bis dann. Ich weiß. Ich bin Ferkel. Macht's gut. Ich bin Ferkel. Ich bin Ferkel. Ich bin Ferkel. Ich bin Ferkel. Ich bin Ferkel.